Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game Based Podcast, der Podcast der NFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart. Diese Folge ist mal wieder eine Special-Folge und zwar passend zu Halloween möchten wir das Thema Horrorspiele ansprechen. Dabei soll es jetzt nicht speziell darum gehen, nur Horrorspiele für Kinder zu diskutieren, sondern dieses Genre etwas zu beleuchten und dafür habe ich zum einen Dean da. Hallo Dean. Hallo Nino, freut mich auch mal wieder dabei zu sein. Und dann jemanden, den ihr noch nicht kennt, der aber auch zur Computerspielschulfamilie gehört und zwar den Chris. Hallo Chris, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also hallo erstmal ihr beiden. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier bei dem Podcast. Ich habe mich sehr darauf gefreut, als ihr dieses tolle Thema ansprechen wolltet. Ja genau, erstmal zu mir in Person. Also ich bin Chris, ich bin 30 Jahre alt. Ich habe beim LMZ von 2020 bis 2022 gearbeitet und war fürs Tonstudio unter anderem auch zuständig. Und ja, auf jeden Fall hat mir die Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel mitnehmen können natürlich. Genau. Aber ja, das wäre so gewesen. Ansonsten mache ich auch gerne Musik und würde mich natürlich auch sehr gerne mit meinem Output auch daran beteiligen, wie zum Beispiel auch Sounddesign in Horrorspielen oder generell im Horrorgenre so umgesetzt werden kann. Und hoffe, dass ich da auch ein bisschen diesbezüglich wertvollen Output geben kann. Genau. Du hast uns ja damals echt wertvollen Input auch beim Tonstell gegeben und das unter anderem mit aufgebaut, diese ganze Geschichte bei uns und sind ja da sehr dankbar. Und natürlich war es ja auch bei der Computerspielschule immer mit am Start und auch Teil des Teams und so weiter. Deswegen ist es schön, dass wir trotzdem noch in Kontakt sind und genau jetzt auch zu diesem Thema reden können. Ich freue mich. Ja und gerade den Punkt mit Sounddesign und Musik wollen wir nachher auf jeden Fall auch ansprechen. Deswegen ist es auch super, dass du dabei bist. Jetzt möchten wir aber erstmal darüber reden, was an Horrorspielen so interessant ist. Ich und Dejan haben ja, wir haben schon im Vorgespräch geklärt. Wir haben beide schon mal Horrorspiele gespielt. Das ist jetzt aber nicht das Hauptgenre, in dem wir uns befinden. Ich habe es vorhin zu dir gesagt, Chris, für mich ist das oft einfach zu spannend und ich muss ein ganz bestimmtes Setting haben, um diese Aufregung auszuhalten. Aber du meintest ja, dass du das sehr, sehr gerne spielst und das sogar dein Lieblingsgenre ist. Was genau fasziniert dich denn so sehr daran? Ja, also die Faszination Horror, das ist schon wirklich eine ganz besondere vor allem, weil seit dem ich wahrscheinlich schon ein kleines Kind bin, interessiere ich mich für Horror im Allgemeinen. Einfach Horror, was macht Horror so wirklich aus? Es ist, du hast gemeint, ja, es ist spannend, es ist mysteriös, es ist heimnisvoll. Also generell etwas abnormal, sage ich jetzt mal. Also etwas, was man halt so im richtigen Leben wahrscheinlich jetzt nicht so begegnet. Und mit Horror, ja, mit Horror bringt man ja auch sehr gerne sowas wie Monster oder Kreaturen in Verbindung. Und generell ist der Horror einfach nur, dass Ängste von Menschen zum Leben erweckt werden. Und jeder hat irgendwelche Ängste. Und quasi dieses Beleben von dieser Angst oder diese Darstellung innerhalb einer Figur finde ich immer sehr spannend, weil quasi jeder Mensch hat auch so eine andere Ansicht darüber, so wie diese Figur aussehen könnte. Das ist, finde ich immer sehr spannend zu sehen. Und generell, ich bin ein großer Freund von Atmosphäre und gerade Horror kann immer sehr atmosphärisch sein, wenn es gut gemacht ist. Also ich rede da natürlich von, ja, es ist Nacht und es ist im besten Falle vielleicht eher ruhig. Wenn es vielleicht nicht so ruhig ist, dann könnte natürlich irgendwas sein, was besonders ist. Und da will man natürlich eben, weil man als Mensch sehr neugierig ist, will man natürlich wissen, was da ist, aber auch gleichzeitig auch wieder nicht. Ich glaube, du sprichst da echt was Spannendes an, weil im Endeffekt das, was du geschildert hast, es würden viele sagen, oh Gott, oh Gott, warum sollte ich genau diese Ängste in mir wecken? Ich bin ja froh, wenn die nicht da sind. Ich glaube, man muss natürlich unterscheiden beim Horrorspiel, genauso wie beim Film oder beim Buch, ist das alles ja natürlich trotzdem ein geschützter Raum. Also man weiß ja dann trotzdem, dass ich eigentlich mir nichts passieren kann und ich mich jederzeit auch rausziehen kann, wenn es zu viel wird und deswegen so diesen kleinen Thrill suchen kann und so ein bisschen tatsächlich mit den engsten Spielen, die dann im krassesten Fall auch, sage ich mal, Reaktionen hervorrufen im Körper. Also ich meine, jeder kennt es, wenn irgendwie der Puls hochgeht, wenn plötzlich irgendwie man nervös wird, was erst mal, wie gesagt, auch nicht angenehm ist, aber dadurch, dass man sich ja jederzeit wieder rausziehen kann und dass man ja trotzdem im Nachhinein ja oder weiß, dass man spielt, kann man sich da so auf diesem Feld bewegen. Also es ist derselbe Reiz, den man ja auch bei irgendwelchen Geisterbahnen oder wie gesagt Horrorfilmen oder Horrorbüchern oder sowas hat, dass man seiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf lässt und auch die Atmosphäre, die sich dadurch aufbaut, da ist ja unglaublich reizvoll, dann auch in solche Welten einzutauchen, die es Gott sei Dank in Wirklichkeit vielleicht nicht so krass gibt oder ja, wenn man jetzt von Fantasiegeschichten redet er zum Beispiel gar nicht, aber nichtsdestotrotz, ja. Ja, das ist genau der Punkt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Horror zu erleben in einem Spiel oder mit seinen Ängsten konfrontiert zu werden, denn es gibt ja bestimmt, ja, ich überlege gerade, ob ein Shooter auch als eine Art Horrorspiel gelten könnte, weil das wäre ja dann teilweise als Kriegssimulation schon etwas, womit man im Leben konfrontiert werden könnte, aber es gibt dann natürlich auch sehr viel, was eben im Fantasy-Bereich ist, also gerade jedes Zombiespiel. Bisher gab es noch keine Zombie-Pandemie, wir hoffen mal, dass das auch nicht vorkommt, aber es gibt da ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Horror darzustellen. Chris, was sind denn so deine Favorites? Ist es eher der Jumpscare oder ist es eher das gruselige Setting generell? Also das ist tatsächlich schwierig zu sagen, da ich unter anderem natürlich auch sehr diesen Gruselfaktor mag. Die Inszenierung von Grusel in unterschiedlichen Art und Weisen ist sehr spannend vor allem. Gleichzeitig ist natürlich auch solche Sachen wie Jumpscares oder einfach diese kurzen Schreckmomente, die man dann hat. Ich glaube, wenn man zu viel von solchen Medien konsumiert hat, irgendwann mal stumpft man ab und dann machen Jumpscares einen auch nicht mehr so viel aus. Glaubst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich bei sowas nicht mehr nicht erschrecke. Ja. Und da gibt es ja natürlich noch den anderen Teil, eben dieses komplett perverse, würde ich jetzt schon so sagen, wo man als Horror auch bezeichnet, dass Körperteile abgesägt werden und solche Sachen. Ja, so dass man halt wirklich auch in die extreme Richtung geht. Aber auch das ist irgendwie auch faszinierend, weil es wird immer wieder dann auch immer wieder gezeigt, wie die Menschen sich die Anatomie von Menschen oder von anderen Lebewesen so vorstellen. Das ist auch interessant. So. Also du redest ja von Splatter, was ja eigentlich auch so eine sehr überzeichnete Form ist. Richtig. Also da spritzt ja auch extrem viel Blut und das sind so diese krassen Genres. Ich meine, das ist auch wiederum die Frage, oft ist Splatter gar nicht mehr so gruselig, weil das einfach nur noch so ins Absurde abdriftet und eklig. Und das ist halt wirklich, sag ich mal, absolute Geschmackssache, ob man damit was anfangen kann oder einfach nur angewidert ist oder tatsächlich auch, ja, dass einen auch soweit schockiert, dass man da irgendwie fast schon, ja, also nicht traumatisiert ist, übertrieben, aber schon irgendwie verstört wird. Verstört war das richtige Wort. Und das ist, denke ich, bei Horror generell ja so eine Sache, dass das sehr, sehr von einzelnen Personen abhängt und von eigenen Erfahrungen, vom eigenen Charakter, wie empfindlich man sowas ist und wie sehr man sowas tatsächlich auch, sag ich mal, genießen kann als Form der Unterhaltung und wie sehr man aber auch davon, wie gesagt, verstört wird oder tatsächlich einen Ekel empfindet. Und das ist ja auch ein ganz klares Ding. Also das ist ein bisschen schon vorweggenommen, warum Horror auch oft quasi auch ab 18 ist und so Erwachsenengeschichten. Ich meine, Erwachsene müssen selber für sich entscheiden, inwieweit tue ich mir sowas an? Und werden wir später nochmal darüber reden, warum das für Kinder tatsächlich nicht so einfach ist. Aber ich finde es auch noch spannend, wenn man sich mit Horror befasst. Es gibt ja wirklich diese komplette Facette vom, wie gesagt, Zombiesplatter über klassischen Grusel, wo ich dann so an das Spukhaus denke, wo irgendwelche Geister unterwegs sind, bis hin zu so Psychohorror, der eigentlich nur im Kopf stattfindet. Also du hast vorher angesprochen, irgendwie das Thema, wenn du Krieg, Krieg, natürlich Horror des Krieges. Zum Glück haben wir jetzt so einen Krieg jetzt nicht so intensiv miterlebt, aber ich glaube, das ist unglaublich, wenn man wirklich in solchen Situationen ist. Und da gibt es ja nicht um, also gibt es ja auch das post-aromatische Belastungsstörungen und ähnliche Symptome, wo man wirklich solche Szenarien immer und wieder erlebt und tatsächlich diese Ängste, also nicht im verspielten Sinne. Also deswegen, uns ist wichtig, da auch ein bisschen abzutrennen. Wir reden jetzt hier wirklich vom spielerischen Horror im Sinne von Computerspielen und haben dabei natürlich größten Respekt vor realen Situationen, wenn Leute sowas durch erleben können. Und natürlich ist auch bei Horrorspielen das ein großes Thema. Wenn jemand tatsächlich traumatisiert ist durch irgendwas, kann ein Horrorspiel extrem schlimme Folgen haben. Also wir hatten ja auch mal die Diskussion mit Triggerwarnungen, auch schon bei psychischen Krankheiten und so. Das gilt natürlich für Horrorspiele, die können da schnell Themen oder irgendwelche Reize triggern, die da sehr schlimm sind. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zusätzlich negative abdriften, sondern tatsächlich noch mal mehr auf die Faszination an sich angehen. Vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir einfach ein paar Spiele auch mal ansprechen, so als jetzt immer sehr, sehr allgemein und so, was einen selber dann irgendwie beeindruckt hat. Ja, sehr gerne. Also ich kann ja mal damit anfangen. Ein paar Spiele, die ich für mich jetzt als die besten Horrorspiele bezeichne, mal zu nennen. Und zwar Dead Space. Dead Space ist so eines der absoluten Lieblingshorrorspiele für mich, weil es brachte, also ich glaube Dead Space ist auch schon 15 Jahre alt, also als es dann released wurde, brachte es halt so diesen Weltraum-Alien-Horror auf ein neues Level. Gerade auch, weil man es auch ein bisschen in dieser Third Person spielt. Und das Spiel ist aber auch einfach so unfassbar gut gemacht worden. Und nicht für umsonst gab es jetzt auch ein Remake vor kurzer Zeit, was ich auf jeden Fall auch noch wieder spielen werde. Ich kam leider noch nicht dazu. Ich habe aber wie gesagt schon sehr viel Zeit in das Originalspiel verbracht. Es ist aber einfach großartig. Wer auch ein Fan von Jumpscares und sowas ist, also wenn es wirklich so triggert und auch Spaß daran hat, dann kann ich das auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Also natürlich da auch die Faszination, auch wenn man wieder beim Horror sind, dieses Alleinsein im Weltall ist auch so ein Motiv, was es ja an Spielen und Filmen oft gibt, dass du dann isoliert bist und dann gegen quasi einen Monster oder sowas kämpfen musst. Aber natürlich ist die Atmosphäre bei Dead Space das Besondere. Und die haben sich auch bemüht, bei dem Spiel ja komplett auf irgendwelche Interfaces zu verzichten, sondern beispielsweise deine Anzeigen sind dann halt in deiner Rüstung oder wie auch immer verbaut, dass du zwar schon noch irgendwie spielerisch deine Mechaniken hasst, aber trotzdem das nicht durch irgendwelche Anzeigen die Atmosphäre zerstört oder dass man halt noch mehr Immersion schafft. Immersion ist glaube ich auch so ein Stichwort, dass ich dann wirklich zumindest für die Zeit des Spielens da richtig drin versinke. Und also ich kann gut deine Faszination nachvollziehen für Dead Space. Was ich und der das gestern gefragt hatten, Chris, und das kannst du vielleicht beantworten, weil du einfach eine größere Menge an Spielen gespielt hast. Wir hatten uns gefragt, Horror lebt sehr viel davon, dass es im Dunkeln stattfindet. Und uns ist beiden kein Spiel eingefallen, was Horror ist und im Tageslicht passiert. Kennst du dein Spiel? Horror ist, was im Tageslicht passiert. Also ich glaube, die Spiele, wo am meisten Tageslicht sein könnte, bei Horrorspielen, sind eher Survival-Spiele. Also wenn man zum Beispiel The Forest hat, da hast du ja quasi auch so einen Tag-Nacht-Zyklus und da findest du quasi auch Zombies während des Tages. Also das wäre so ein Spiel, wo mir einfallen würde. Aber macht dann ja schon den Gruselfaktor etwas weg, finde ich, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es wird Nacht in dem Spiel, dann hätte ich viel mehr Angst, einen Zombie zu sehen als am Tag. Natürlich, deswegen sind ja auch die meisten Horrorspiele wirklich auch im Dunkeln. Oder spielen zumindest mit dem Licht viel mehr. Ja, aber selbst, wenn du es jetzt erwähnst, bei so Survival-Spielen, ich meine, gehen wir zurück zu Minecraft, was ja keinerlei Horrorspiel ist, aber selbst das hat ja so als wirklich alte Urmechanik ist ja Tag-Nacht, dieser Survival-Modus, dass du halt dich tagsüber irgendwie einbauen musst und dir ein Haus bauen musst, damit halt nachts, wenn die Creeper kommen, du dich halt verstecken kannst. Und am Anfang hast du ja auch nichts. Also du kannst ja nichts gegen die tun und musst dich wirklich tatsächlich in deinem Haus verstecken. Also selbst Minecraft, was eigentlich ein absolutes Kinderspiel ist, in der Hinsicht der klassische Nachthorror. Der hat mich da auch immer zu Tode erschreckt, wenn dann auf einmal ein Creeper in meinem Fenster stand. Oh ja! Oh ja! Die heißen nicht umsonst Creeper. Also auch der Name deutet es ja schon ein bisschen an. Aber mir ist tatsächlich ein Beispiel eingefallen. Es ist leider kein Spiel, aber es ist ein Film mit Summer. Oh ja! Das ist ein Spiel. Genau. Und das, als ich den gesehen habe, war ich auch fasziniert, weil der spielt ja genau mit dieser krassen Helligkeit. Ich meine, der Name sagt schon, das ist halt die Midsommernacht, wo eigentlich immer hell ist. Und trotzdem ist es ein richtiger Horror-Psycho-Horror-Film, der einen auch mitnimmt. Und also es geht, aber es ist tatsächlich wirklich das einzige Beispiel, was mir gerade einfällt. Was auch, denke ich, damit zu tun hat, dass die meisten Urängste, dadurch, dass man nachts, also das entwickelt sich zwar auch erst. Also ich habe ja gerade einen kleinen Sohn, der ist jetzt gerade 15 Monate alt geworden. Und ich habe mich immer gefragt, wenn der jetzt nachts aufwacht und schreit, ob das jetzt wegen der Dunkelheit ist. Ich habe natürlich dann geschaut, recherchiert. Aber diese Angst vor der Dunkelheit entwickelt sich erst ab zweiten, dritten Lebensjahr oder sowas. Und auch diese Fantasie, dass man irgendwie Monster sieht oder Monster unterm Bett, was man dann von Kindern kennt, das kommt erst später. Tatsächlich bei Kleinstkindern und Babys ist, also die haben da quasi bei Dunkelheit kein Problem. Aber dafür wird es halt umso krasser. Als Kind, glaube ich, kennt jeder das, dass man beispielsweise, wenn man in den Keller musste oder sowas, alleine auch um Wasser zu holen und so kurz dieser Moment. Und da hat man ja auch schon ein bisschen damit gespielt. Also ich weiß, dass mir das auch Spaß gemacht hat, irgendwie mich in den Keller zu gehen. Es gab halt einen dunklen Gang, wo ich dann halt auch auf der einen Seite nicht rein wollte. Auf der anderen Seite habe ich es auch immer wieder so versucht. Wie weit traue ich mich jetzt rein? Und das war so ein ganz mutiger Moment, wo ich mal bis zum Schluss bei Dunkelheit durchgegangen bin, obwohl der vielleicht, lass es zehn Meter lang ist oder sowas. Und dann drehe ich mich um und hinten ist natürlich Licht. Aber so diese Mutprobe und das dann auch geschafft zu haben. Ich glaube, das könnte auch so ein Reiz an Spielen sein, natürlich auch diese Ängste zu überwinden. Gerade weil man ja auch da nicht weiß. Und du sagst auch Survival ist ja auch ein Genre, was sehr auch mit Horror-Elementen spielt. Und es gibt auch den Survival-Horror, um da so ein bisschen ins Historische reinzugehen. Also wenn man mich jetzt fragen würde, welche Spiele für mich so die klassischen Horrorspiele sind, die ich gespielt habe. Bei mir ist, wie gesagt, ich habe schon in den 90ern angefangen zu spielen. Und dann waren es so Sachen eben wie Alone in the Dark und Resident Evil. Wobei, ich rede jetzt von den ersten Teilen. Also Alone in the Dark war irgendwie Anfang der 90er oder Mitte der 90er habe ich es gespielt. Und Resident Evil, das war tatsächlich das einzige Spiel, wo ich mich erinnern kann, dass mich mein großer Bruder aus dem Zimmer geschickt hat, weil er mit seinen Kumpels Resident Evil 1 spielen wollte. Und an sich, ich meine, wir haben in den 90ern gehabt, es ja auch viele Spiele, die, sag ich mal, formell auch auf dem Index waren. Aber die waren auch tatsächlich nicht, also das ist ein Thema für sich mit, du hattest ja in der letzten Folge, wenn Spiele indiziert werden und so weiter, was die Kriterien sind. Und in den 90ern wurden teilweise auf absurde Art und Weise Spiele kritisiert, indiziert, die eigentlich, ich meine, als Kind habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen, dass die irgendwie verstörend sind oder ähnliches. Aber Resident Evil, klar, das ist halt ein richtiger Survival-Horror, wo ich dann im ersten Teil so ein Herrenhaus, in dem ich mich bewege, mit einem Polizeiteam. Und was halt so das Genremer ausmacht, dass ich halt immer knappe Munition habe, dass ich immer unter Bedrohung stehe und mich halt langsam durch unübersichtliche Räume bewegen muss. Und das, was eigentlich technisch gesehen echt schwierig ist bei Resident Evil, aber auch bei London Dark, bei diesen Survival-Spielen, ist tatsächlich die Steuerung und auch die Übersicht. Aber tatsächlich ist es Teil des Spiels, dass du nicht immer siehst und dass du dich nicht immer komplett, also Kontrollverlust, dass du dich nicht immer gezielt bewegen kannst. Und dann, wenn einer dann doch von hinten kommt oder so, bist du dann erst recht überfordert. Also das Spiel macht quasi aus den eigentlich technischen Schwächen, die es hat, macht es eine Tugend und verstärkt es halt dadurch, dass du dann zum einen die Atmosphäre natürlich, also auch wenn jetzt die alten Resident Evil-Teile und so weiter, die sind grafisch komplett krude aus. Oder Alone in the Dark 1 ist so eine ganz, ganz simple Polygon-Grafik. Aber es hat trotzdem funktioniert bis zu einem gewissen Maß. Aber die bauen trotzdem eine Atmosphäre auf. Und wenn du dann noch diesen spielerischen Druck hast, dass du ja eigentlich nicht mächtig bist und damit spielen, glaube ich, die allermeisten Horrorspiele. Und ich meine, Dead Space hat noch den Punkt, dass du dich dann schon wehren kannst. Also du findest dann auch immer mehr Waffen. Und oft verlieren Spiele ja auch den Horror so mit der Zeit. Also am Anfang sind sie noch viel unheimlicher. Und umso mächtiger du dann wirst, umso mehr du die Situation beherrschst, umso einfacher wird es dann auch. Und das ist dann auch in gewisser Weise auch befriedigend. Also es muss nicht unbedingt schlecht sein. Ein Horrorspiel muss nicht von vorn bis hinten immer schlimm sein. Aber also man muss sich nicht immer machtlos fühlen, sondern es kann auch dieser Gewinn sein, dass ich die Situation irgendwann in Kontrolle habe. Aber auf der anderen Seite geht halt schon auch ein bisschen was verloren. Also oft habe ich auch, wenn ich Horrorspiel gespielt habe, waren so die ersten Stunden meist die intensivsten. Genau. Ich finde es auch lustig, wie viele Taschenlampen sind. Also das Taschenlampe ist tatsächlich so ein zentrales Element in Horrorspielen oder einfach, man kann auch sagen, Trobe, so was, was eigentlich immer in dieser Art von Spielen vorkommt. Und es bietet sich natürlich an, weil es gibt ja so eine beschränkte Kontrolle. Also was passiert? Du hast nur diesen ganz begrenzten Kegel und dann sorgst du dafür, dass du immer wieder hektisch hin und her mit der Taschenlampe guckst, ob irgendwas in der Nähe ist, was du nicht siehst. Genau, genau. Also du bist so ein bisschen eingeschränkt, aber hast zumindest ein bisschen noch die Möglichkeit, dich zu werden. Und manchmal, also ich glaube, das war auch ein Alone in the Dark Teil, wo du dann auch mit der Taschenlampe die Monster quasi verjagen oder sogar verletzen konntest. Und das ist definitiv, tritt auch immer wieder auf. Eine Reihe, die ich selber zwar nie gespielt habe, ich habe es nur in Erinnerung, dass sie bei mir tatsächlich in der Schulzeit ging das so ein bisschen rum. Und ich habe mir jetzt im Nachhinein halt auch so ein bisschen Podcast, also bei Stay Forever und so haben sie das aufgeklärt, ist Silent Hill. Und gerade Silent Hill 1 und 2, das ist glaube ich, also auch wenn es aus heutiger Sicht unglaublich gut aussieht und das spielt auch mit der Sicht, da bin ich nämlich drauf gekommen, du hast ja einen unglaublichen Nebel, du bist nur Nebelsuppe. Wenn du jetzt einen Screenshot von dem Spiel spielst, es sieht total hässlich aus und du hast halt kaum sich, aber gerade diese, du weißt nicht, wo du hingehst und gerade das macht dieses Spiel so krass. Und dazu kommt halt eine Geschichte, die einen wirklich fertig macht. Also das spielt dann auch oft mit so kryptischen Elementen, dass man nicht direkt gleich die Geschichte serviert bekommt. Also Resident Evil ist ja ein klassischer Zombie-Horror, also er ist eigentlich ziemlich plump, was die Geschichte angeht, muss man ehrlich sagen. Es ist ein Virus, da sind irgendwie Zombies und die Geschichte ist nicht das, was genau, also das macht ihnen das nicht schlimm. Während Silent Hill tatsächlich über die Geschichte einen auch fertig macht und halt so einen Psycho-Horror entwickelt, weil man ja auch immer so zwischen so ein bisschen die Krankenwelt und echter Welt hin und her springt. Also da kann ich nur den Stay Forever Podcast dazu empfehlen, weil die das echt schön analysieren und man dann auch einen Einblick in diese ganze Geschichte bekommt. Und allein das ist schon faszinierend. Und wäre ich jetzt mehr Horror-Spiel-Fan, dann glaube ich, würde ich das Spiel auch auf jeden Fall nachholen. Genau, aber... Und wenn wir jetzt so ein bisschen zurück zum Kern unseres Podcasts gehen, das Thema Medienpädagogik. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Dejan, die meisten Spiele sind ab 18. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Da haben dich bestimmt auch schon tausend Eltern dazu gefragt, aber wahrscheinlich auch gerade in die Richtung Shooter. Was ist denn so das gesunde Pensum für ein Kind jetzt medienpädagogisch betrachtet bei sowas? Ich weiß, das ist natürlich immer alles individuell. Jedes Kind hat ein anderes Level, genauso wie bei allen anderen Themen. Aber was ist da ein Tipp oder eine Beratung, die du den Leuten dann gibst? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, warum so Spiele ab 18 sind. Also wenn die USK das quasi mit 18 Kennzeiten erchnet, dann hängt das damit zusammen, dass es eine drastische Gewaltdarstellung gibt oder antisoziale Weltanschauungen oder wirklich Spielmechaniken, die auch mit, sag ich mal, Verstümmelung oder sowas zu tun haben. Also insofern, gerade dieser Splatter-Horror ist eigentlich immer dann, sag ich mal, ab 18. Und Gewaltdarstellung ist in dem Bereich halt ein großes Thema. Ich meine, es gibt auch gruselige Spiele, die jetzt nicht ab 18 sind, wo das eher im Hintergrund rückt und wo es dann eher um Atmosphäre geht. Psycho-Horror ist tatsächlich auch ein bisschen, da sind wir bei den antisozialen Weltanschauungen. Also wenn jetzt so Hassan Etil und sowas anschaut, da die Geschichte ist so krank. Also wirklich, also das kann auch ein Jugendlicher, sag ich mal, nicht vernünftig verstehen. Also selbst im Erwachsenen ist es sehr abgedreht, was da eigentlich passiert und was für Abgründe der Menschen, Menschlichkeit du da reinschaust. Also insofern, deswegen sind Spiele eigentlich in der Regel ab 18. Und da sind wir aber auch wieder an dem Punkt, was ich vorher gemeint habe. Nur weil ich jetzt 18 bin, heißt es nicht, dass ich so ein Spiel ohne weiteres wegstecke, weil ich bin halt einfach nur selber dafür verantwortlich, was ich mir jetzt antue und wie sehr ich mich auf so ein Spiel einlasse. Also bei allem Spaß, was ein Horrorspiel machen kann, kann das einen auch enorm verstören. Und da ist halt genau der Punkt, dass Kinder und Jugendliche das halt noch nicht unter Kontrolle haben und eher durch Zufall, sag ich mal, dann in so Spiele reinkommen. Und auch da ist es unterschiedlich. Es gibt auch Zwölfjährige, die lassen sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Also das und nehmen das wirklich, also gar nicht, das heißt nicht, dass sie irgendwie unempathisch sind oder ähnliches, sondern die können dann halt für sich sehr klar distanzieren, okay, das ist nur ein Spiel und hat keinen Einfluss auf mein wahres Leben. Andere hingegen nehmen das sehr emotional auf und die verfolgt das vielleicht sogar noch in den Träumen oder noch weiter. Und insofern, diese Altersempfehlung kann man halt allgemein setzen und aus diesen, sag ich mal, objektiven Kriterien, die ich genannt habe. Aber nichtsdestotrotz ist es für Eltern halt unglaublich wichtig, ihr eigenes Kind auch zu kennen. Und auch so ein bisschen, wie der Umgang auch in der Familie und auch die Gewohnheit ist. Also auch Horror, wie du gesagt hast, ist was, wo man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen kann. Das heißt nicht, dass man, wie gesagt, irgendwie unmenschlich oder unempathisch ist oder ähnliches, sondern man kann sich halt besser distanzieren wieder und wieder sagen, okay, das ist nicht mein echtes Leben, mit dem es zu tun hat. Und auch bei Kindern, um damit zu bleiben, also wir haben gesagt, auch selbst Minecraft hat so seine unheimlichen Momente. Aber durch diesen Pixel-Look und so weiter ist es halt sehr abstrakt. Also grundsätzlich, wenn man sich überlegt, so die krassen Horrorspiele setzen schon auf einen zumindest scheinbar realistischen oder realitätsnahen Look, dass die halt schon, sag ich mal, diese Urängste ansprechen. Weil wenn mich jetzt irgendeinem ganz abstrakten Comic-Grafik oder ein Pixel-Ding etwas angreift, da kann ich mich auch kurz erschrecken oder sowas. Aber ich kann es, ich werde es nicht so wirklich ernst nehmen. Also das ist dieses Grundding auch, warum... Genau, also ich distanziere mich viel leichter. Deswegen sind ja auch Trickfilme und ähnliches grundsätzlich für Kinder etwas leichter zu verkraften als jetzt Realfilme, wo dann viel schneller dann auch die... Also ein Trickfilm kann auch sehr atmosphärisch sein, aber trotzdem kann man sich leichter, wie gesagt, wieder davon distanzieren und man hat eine klare Abgrenzung zur realen Welt. Und bei Horrorspielen, die halt auch einen realistischen Look haben und ähnliches, versinkt man noch viel mehr. Und das ist natürlich der große Unterschied. Da muss man auch unterscheiden zwischen, also Buch, Kino und so weiter, sind ja auch passive Medien, die ich einfach konsumiere. Und beim Spiel bin ich auch selber gefragt, mich darin zu bewegen. Hab zum Teil das auch so ein bisschen selber unter Kontrolle, aber auf der anderen Seite ist es natürlich noch eine andere Immersion, in der ich drin bin. Also ich bin viel mehr mit dieser Figur dann auch, identifiziere ich mich in dem Moment und bin quasi diese Person, die sich dadurch bewegt. Und das ist was, was man auch nicht unterschätzen darf. Und vor allem halt auch, was wir dann auch in Workshops mit Kindern und so weiter thematisieren. Die Kinder selbst müssen natürlich auch für sich erkennen, inwieweit macht mir das wirklich Spaß oder wann ist das unangenehm. Und da ist natürlich auch dieser Gruppendruck, wenn das erstmal irgendwie, also ein großes Beispiel, was halt durch die Grundschulen teilweise ging, ist Poppy Playtime. Ich meine, jeder, der das Google sieht, erstmal so eine Fratze mit so ganz fiesen Zähnen und das ist so ein blaues Plüschmonster. Also ich fand das auch erstmal creepy. Also als ich das gesehen habe, so als Erwachsener, dachte ich, wow, okay, krass. Aber das Spiel an sich ist kein Erwachsenenhorrorspiel, sondern tatsächlich so, okay, du läufst halt durch den Raum. Es passiert eigentlich auch nicht wirklich was Schlimmes und tatsächlich gibt es auch jüngere Kinder, die da damit Spaß haben und für die das nicht schlimm ist. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass es dann auch in den Kreisen auch Kinder gibt, die sich dadurch auch verstört fühlen. Und das sind dann so ein bisschen, muss man sehr individuell quasi drauf eingehen und schon das definitiv ernst nehmen. Also wie gesagt, das Spiel selbst ist jetzt nicht, also rein objektiv von den Kriterien ist es jetzt kein 18er Titel oder sonst was, der super schlimm ist. Aber nichtsdestotrotz, je nachdem, wie man halt diese Atmosphäre empfindet und auch diese Fratze, also wie gesagt, ich fand es auf den ersten Blick, wow, krass. Jetzt sehe ich, es sind halt einfach überall auch Plüschfiguren gibt es dann zu kaufen und sonst wie. Also das hat auch viel Merchandise und ich kann mir schon vorstellen, dass dann Kinder oder gerade Jugendliche, keine Ahnung, zwölf, dreizehn Jahre damit halt echt ihren Spaß haben und das irgendwie lustig finden. Also deswegen, Horrorspiel ist nicht gleich Horrorspiel, aber auch gerade für Kinder gibt es sowas. Und um jetzt so ein bisschen ins Anekdotische noch zu gehen, also was für mich tatsächlich, wenn ich meine Kindheit zurückdenke, tatsächlich so die krassesten Momente waren, sind gar keine irgendwelche Shooter oder sonst was, sondern es gab zwei Adventure-Spiele, die mich tatsächlich mal so ein bisschen erschrocken haben. Das eine eigentlich, nicht weil es unglaublich gruselig ist, aber Monkey Island kennen bestimmt die meisten und Monkey Island 1, ich meine, da gibt es Geisterpiraten und gerade dieser erste Teil, den habe ich halt nicht selber gespielt, sondern mein Bruder hat ihn gespielt und ich habe das dann halt irgendwie zugeschaut und ich kann mich ganz genau noch an einen Moment erinnern, wo ich im Bett lag und im Halbschlaf plötzlich meine Mutter in dieser transparenten Geistergestalt gesehen habe. Also es war so ein bläulicher Look und das war so ein ganz schlimmer Moment, ich bin dann so schreiend wieder aufgewacht, also es war so kurz vorm Einschlafen und dann irgendwie aufgewacht und sie hat mir immer ein Glas Wasser noch ans Bett gebracht und mich quasi so in die Nacht verabschiedet und da habe ich es halt in dieser Geistergestalt gesehen und bin wirklich erschrocken aufgewacht und das ist dann halt diese Assoziation aus dem Spiel gewesen, auch wenn das Spiel dann sicher super lustig ist und überhaupt nicht schlimm, aber gerade der erste Teil, trotz des Pixel-Looks und trotz war so atmosphärisch und auch diese Zombie- oder beziehungsweise Geisterpiraten waren da schon sehr präsent und das ist mir dann noch sehr klar in Erinnerung, also ich war da auch glaube ich vielleicht sechs, sieben, also irgendwie noch ganz klein und das hat mich dann schon beeindruckt und obwohl das Spiel selbst jetzt keinerwegs irgendwie ein Horror-Spiel ist oder ähnliches und noch schlimmer auch ein Adventure-Game, das ist man auch immer noch bei LucasArts, kennt glaube ich heute nicht so viele, wobei es gibt bestimmt ein paar Liebhaber, Loom. Das ist, also wenn man sich da den Anfang mal anschaut, das ist unglaublich harmonisch. Man hat so eine Weber-Gilde und es fängt mit einer wunderschönen Musik an und deswegen, also der Anfang ist einfach traumhaft schön, aber die Story entwickelt sich so krass, dass dann plötzlich irgendwie ab einer gewissen Hälfte irgendeinen Chaos-Dämon so durch die Welten fegt und alle, wo du vorher warst, irgendwie umbringt und also ganz absurd, das hat mich als Kind, ich habe es auch selber nie gespielt und ich habe es bis heute noch nicht gespielt, weil ich tatsächlich irgendwie so einen Respekt vor dem Spiel habe, aber ich habe es auch mit meinem Bruder halt mitgekriegt und ich habe noch diese Bilder von dem Ende des Spiels so im Kopf, wie du dann durch diese Welten gehst, wo dann dieser Chaos-Dämon überall war und das hat mich auch als Kind echt, ja es verstört, ist übertrieben, ich meine, aber es hat mich schon, boah, okay und ich wollte hinaus, so oft sind es auch so ein bisschen diese, zum einen die Atmosphäre spielt schon eine große Rolle und auch die Geschichten, die damit verbunden sind, also gerade bei Loom war es halt, wie gesagt, von dem total Traumhaften, in so ein, auch schon ein bisschen ins Blätter, aber halt alles, wie gesagt, nicht so schlimm in der Darstellung und die Spielmechanik sowieso, aber trotzdem hat es mich mitgenommen und man kann ja auch wirklich zurückdenken als Elternteil auch an die eigene Kindheit, was hat einem Angst gemacht und um sich dann auch besser in Kinder hineinzuweisetzen, es gibt auch oft Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, also um auch ein Beispiel zu nennen, was kein Spiel ist, die Nichte meiner Frau, wir sind da in ein Ferienhaus irgendwie in Griechenland gewesen und die hat halt, eigentlich sollte sie in einem eigenen Zimmer schlafen, wäre auch kein Problem gewesen und dann ist sie aber irgendwie immer wieder rausgerannt und dann habe ich gesehen, war da so ein Gemälde von einem Clown, von so einem Traurigen und das war so, okay, hey Leute, hängt dieses Gemälde weg, so. Das ist auch böse. Ja, ja, genau und also auch dieser traurige Clown ist ja auch wieder so ein Trope, was immer wieder aus Horrorgeschichten kommt, also da einfach auch so ein bisschen Auge und auch vor allem ein offenes Ohr haben, also man merkt es ja Kindern auch an, wenn sie irgendwie Angst haben und auch nachher nachfragen, auch wenn sie sich selber vielleicht jetzt nicht direkt ausdrücken, aber da auf jeden Fall sehr sensibel sein, also das ist ganz, ganz wichtig. Und Chris, wann hast du denn angefangen, Horrorspiele zu spielen? Wann ist das dein Favorite-Genre geworden? Oh, das ist tatsächlich schon ein bisschen her, wie gesagt, ich glaube, ich habe da wirklich mit... Warst du da minderjährig? Ja, war ich minderjährig. Aber, hm, wann habe ich denn ungefähr angefangen? Also je älter man wird, umso mehr verschwimmt das ein bisschen, aber ich würde sagen, so mit zwölf, dreizehn habe ich dann schon damit angefangen, so die ersten Horrorspiele so zu spielen, also wo man wirklich sagen kann, das ist Horror. Gibt es schon Spiele, wo du dann, ja? Also ja, es gab durchaus schon Horrorspiele, also einfach die Klassiker, so Resi 2, Resi 4, ähm, die ist für die, genau, Resident Evil, ähm, die es da für die Playstation 1 dann gab, ähm, definitiv etwas. Oder, ähm, was gibt's da noch? Also, ich glaube, zu der Zeit gab's da Slenderman schon, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Slenderman war eines so der, äh, Mini-Horrorspiele, sag ich jetzt mal, wo so ein bisschen breitere Aufmerksamkeit bekommen hat, auch. Ähm, da muss ich auch direkt kurz einhaken, weil das wirklich, äh, ohne Witz das Spiel ist, was mir mit am meisten Angst gemacht hat, also, äh, ich bin, grundsätzlich würde ich mich jetzt nicht als besonders ängstlich, also wie gesagt, von den Kindergeschichten jetzt mal abgesehen, äh, Resident Evil und sonst was spiele ich und kann schon den Reiz darin verstehen, aber ich bin jetzt nicht jemand, der da irgendwie totalen Horror kriegt, aber Slenderman, man muss auch sagen, ich hab mir das dann auch so richtig abgedunkelt und war dann so komplett allein und hab mich da so komplett, äh, drauf fokussiert und es waren dann 10, 15 Minuten, die so eine Partie geht und das ist schon verrückt, wie dieses Spiel, also man muss echt sagen, also das Original Slenderman, was da rumging, das ist grafisch auch sehr krude, also das ist wirklich jetzt nicht besonders äh, registrische Grafik, aber dann kommen wir vielleicht auch zu dem Thema mit Sounddesign und Ton, ähm, also du fühlst dich da verfolgt, ich meine, du musst irgendwelche 8 Zettel finden, die in dem Level verteilt sind, die werden, glaube ich, auch jedes Mal irgendwie zufällig verteilt und während du die suchst, wirst du halt von diesem Slenderman verfolgt und das kriegst du halt in erster Linie über die Tonebene mit und der kommt dann halt immer näher und wirklich so einen klassischen, also man kennt's vielleicht auch The Ring und sonst was, diesen Horrorfilm, wie er dann so quasi auf einmal auftaucht und dich erschreckt und dann ist es auch schon vorbei, aber ich kann mich in meinem Leben an kein anderes Spiel erinnern, was mir innerhalb, wie gesagt, von einer Viertelstunde so den Puls hochgejagt hat und wo ich wirklich tatsächlich diese Urängste gespürt hab, da ist es auch, wie gesagt, überhaupt nicht die Story oder Ähnliches, die ist völlig belanglos, sondern reine die Atmosphäre und dieses sich bewegen durch dieses, in dem Fall ist es hauptsächlich ein Wald und dann gibt's noch ein paar, glaube ich, Gebäude und du suchst halt diese Zettel zusammen, so, boah, das ist mega krass gewesen. Und gab's damals, Chris, irgendein Spiel, wo du gemerkt hast, dass dir das zu viel war, gerade wenn du sagst, du hast mit 12, 13 angefangen? Puh, ähm, schwierig zu sagen. Ich glaube eher nicht, weil, ähm, ich hab schon auch recht früh angefangen, Horrorfilme zu schauen, äh, einfach weil mich das auch sehr, äh, weil ich das sehr spannend fand und weil mich das schon sehr interessiert hat. Tatsächlich hat auch mein Vater auch ab und zu bei mir mal einen Horrorfilm angeschaut, obwohl ich ein Kind war. Das ist, ähm, das ist auch sehr witzig, aber das hat mich nie wirklich verstört. Ähm, also ich konnte das immer irgendwie gut aushalten. Äh, ich glaube, da bin ich einer von wenigen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die meisten würden das nicht so gut auffassen, äh, oder, äh, so, ich, ich denke auch gerade an Personen, die eher hochsensibel sind. Ich glaube, die, die hätten ein Leben langes Trauma. Also, das wäre jetzt nicht so cool. Ähm, ich glaube, da hat mein Vater sich wahrscheinlich ein bisschen noch überschätzt, so ein bisschen mir solche Inhalte zu zeigen. Aber, hey, ich bin ihm dafür schon dankbar, dass er mir das, äh, auch so gezeigt hat. Aber ich kam erst zu diesen Horrorspielen durch die Horrorfilme, so, äh, also das war auch erst mal so ein Ding, äh, es sind so harmlosere Horrorfilme, die so ein bisschen was für Kinder geben, aber je älter man eben so wurde, dann hat man so auch die Horrorklassiker eben sich geben, na, solche Sachen wie, äh, Nightmare on M Street oder Halloween oder Freitag der Dreizehnte, äh, oder Tanz der Teufel, das sind ja so, ähm, sehr, äh, kultige und auch populäre Horrorfilmreihen, sage ich jetzt mal. Und, äh, je, also zu der Zeit, als ich in der Pubertät war, kam auch immer mehr und immer mehr dann auch dazu, dass ich das dann nachgeholt habe, dann die alten Filme aus den 80ern und 90ern und dann auch die alten Spiele und dann auch neuere Spiele, die dann innen kam dann so, wie gesagt, Dead Space, da war ich 15 und, äh, das kam dann, kam dann einfach Schlag auf Schlag dann. Gut, aber heißt das, es hat eigentlich für dich gepasst, weil du hast ja gesagt, du konntest es gut aushalten, heißt vielleicht konnte dein Vater das ja ganz gut einschätzen. Ja, anscheinend konnte er das. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, tatsächlich, Eltern kennen ihre Kinder irgendwie am besten in der Hinsicht und, ähm, es ist tatsächlich völlig normal, dass man irgendwie so mit 13, 14, äh, spätestens da schon so einen Reiz entwickelt und sei es auch nicht man selbst oder durch einen Freundeskreis oder so dann halt irgendwie mal reinschaut. Wichtig für die Kinder und Jugendlichen ist es oder ist es da halt auch ihre eigenen Grenzen auch auszudrücken, also wenn sie wirklich merken, nee, das passt denen nicht, da auch den Mut aufzubringen, sage ich mal, auch gegenüber den anderen Freunden das zu vertreten und zu sagen, nee, das tue ich mir halt jetzt nicht an und umgekehrt von den Eltern halt, dass sie einfach dann ein Auge auf den, auf die Kinder haben und auch ein bisschen wissen, weil wie gesagt, es gibt Kinder, wie du sagst, Jugendliche, die das problemlos abkönnen und die werden da auch null verstört dadurch, ähm, insofern kann man deinem Vater jetzt auch keinen schlimmen Vorwurf machen oder so, wenn du sagst, nee, ich habe da jetzt keinerlei Probleme damit gehabt und für mich waren das halt, war das ein Unterhaltungsmedium, ähm, und oft sind es dann auch Leute, die dann in der Jugend auch, sage ich mal, mit Horrorfilmen echt Probleme haben, die werden auch als Wachsene damit auch wahrscheinlich noch Probleme haben, nur dass sie halt dann selber entscheiden darüber, ob sie es machen und das ist halt dieses Ermuntern auch als Jugendliche auch zu sagen, nee, im Zweifel, ähm, das tue ich mir nicht an oder es tut mir nicht gut, aber das auch zu erkennen ist natürlich schwieriger, also es ist immer leicht gesagt und ich kann es auch verstehen, dass unter dem Grundendruck oder auch unter der Neugier, es ist ja immer so diese Gratwanderung und spätestens, wenn ich dann halt irgendwie wegen schlecht Schlaf oder tatsächlich irgendwie so ein bisschen verstört bin, ähm, ist es eigen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ich finde es noch ein bisschen interessant, was ein Horrorfilm, also neben jetzt der Atmosphäre, ähm, was, was dann eigentlich Angst macht, also, ähm, wir hatten jetzt irgendwie das Ding, irgendwelche Clowns oder, ähm, also auch dieses Verfolgtwerden ist, glaube ich, auch so ein Motiv, was halt bei Slenderman natürlich extrem da ist, ähm, ein Film, der das, glaube ich, so ein bisschen vorweggenommen hat, war auch aus meiner Jugend noch irgendwie Blair Witch Project, äh, wo sie siehst du auch nix oder da ist gerade der Witz, dass du eigentlich auch so durch den Wald irrst und eigentlich nicht weißt, was da passiert und bis zum Schluss, äh, taucht da jetzt kein, äh, großer, äh, Klettermoment auf und das ist, glaube ich, was, was auch, sag ich mal, gut gemachten Horror ausmacht, äh, auch der erste Alien-Film, ähm, der Film verliert eigentlich in dem Moment, wo du das Alien komplett siehst am Ende, es gibt dann eine Szene, wo das Alien aus dem Raumschiff geworfen wird und da siehst du plötzlich, dass es irgendein Typ in so einem Skianzug ist, nein, also jetzt mal übertrieben gesagt, aber es wirkt dann dadurch, äh, verliert es so diesen Schrecken, aber solange du es nur hörst und, und, und die ganze Zeit, ich weiß nicht, so kann, was macht denn gutes Sound-Design, äh, für dich, Chris, aus, wenn, wenn, wenn so ein Horrorfilm geht? Also da gibt es natürlich, äh, viele Faktoren, worauf man achten kann beim Sound-Design. Also ich denke so die bekanntesten, äh, Sound-Design-Techniken quasi erstmal mit Stille arbeiten und mit, äh, also der Kontrast zwischen Stille und, äh, Lauten-Effekten, so. Äh, das ist quasi auch, wenn man zum Beispiel einen Jumpscare einsetzt, dass man da ein schnelles Crescento hat und dann erstmal dann, äh, äh, dann erschrickt, weil, weil es einfach quasi dieses audiovisuelle, äh, Erschrecken, äh, das einfach nochmal verstärkt. Äh, gleichzeitig gibt es aber auch so dieses Erdrückende, äh, also, dass man zum Beispiel immer einen gleichbleibenden Ton, äh, im Bassbereich dann hat, äh, der natürlich sehr, äh, runtergefiltert ist, da, also, man sagt ja auch so, düstere, äh, Töne und Klänge sind die, wo man eben nicht so viele Höhen hört, so, und je gefilterter das ist, umso düsterer wirkt das auch, so, und gerade eben, wenn, wenn eben dieser gleichbleibende Ton im Bassbereich bleibt und der wird dann zum Teil lauter und auch wieder leiser, das kann schon sehr erdrückend sein, so, je nachdem, wenn, äh, wenn man dann merkt, okay, der Ton wird lauter und, äh, es baut sich halt ein bisschen was auf, dann weiß man, okay, es kommt irgendwas. So, also, da bereitet man quasi auch den, äh, den Zuschauer oder die Zuschauerin, äh, bereitet man schon darauf auch vor, dass da, äh, das, dass man jetzt nicht komplett irgendwie, äh, so, komplett total überrascht wird, auch wenn natürlich die meisten schon sehr überrascht werden davon, äh, außerdem gibt es noch Sachen wie, äh, zum Beispiel einen Geigenbogen, äh, den man, also, wenn man jetzt zum Beispiel die Geige spielt und, äh, man spielt einen Ton ganz langsam und dann ändert man die Tonhöhe stetig, äh, und auch solche Sachen erzeugen Spannung, äh, erzeugen ein erdrückendes Gefühl, gerade auch so dissonante Töne, also etwas, was nicht, äh, harmonisch klingt, sondern eher, äh, schräg, sag ich jetzt mal, äh, das sorgt auch dafür, dass etwas, äh, dass man sich unwohl fühlen soll, quasi. Mhm. Also ich glaube, vieles ist auch was, was du gar nicht hörst direkt, also gerade diese tiefen Töne sind ja was, was du eher spürst und, und irgendwie, auch wenn, gar nicht, also, richtig gute Horrorspiele, die haben auch oft nicht durchgehend Musik oder ähnliche, sondern haben manchmal auch so einen Klangteppich oder irgendwas, was einfach da ist und, äh, was du jetzt auch sagst, dieses, man, eigentlich wird es immer aufgebaut, also gerade die Schocker, aber die Kunst ist ja dann, dann auch manchmal auch nicht zu schocken, also, dass man dann trotzdem diese Überraschung schafft, also oft dann was aufbaut, oder dann ist ja gar nichts, also dieses typische, man läuft durch irgendwelche Gänge und dann ist erst mal fünfmal nichts und gerade in dem Moment, wo du irgendwie in Sicherheit wiegst und denkst, dann dürfte jetzt nichts sein, dann passiert was. Also da fällt mir auch wieder eine Anekdote aus meiner Jugend ein, da hab ich Resident Evil 2 mit einem Kumpel gespielt und, äh, ich wusste es dann, es gibt ein Polizeirevier, das, ja, ist auch wieder dieses Erschließen, also du bist am Anfang da und ist alles voll mit irgendwie Zombies und dann irgendwann bist du da ganz gut durch und das erste Stock oder das Erdgeschoss hast du komplett, äh, sag ich mal, sauber gekriegt und bist da auch schon zehnmal durchgelaufen, aber der Witz ist, das Spiel macht's dann so, dass wenn du im zweiten anwarst und irgendeine Tür geöffnet hast und dann wieder runter gehst, gibt's einen Moment, wo dann so Hände durch Fenster greifen und, äh, das ist halt so ein typischer Scare-Jump und das passiert auch nicht, also du verlierst auch kein Leben, sondern denkst, aber es ist trotzdem war für mich so einer der krassesten oder bestgemachtesten Schocker gerade bei Resident Evil 2 und ich weiß noch, wie ich das, äh, da meinen Kumpel dann die Falle gelockt hab, äh, wo ich ja gesagt hab, hey, komm, wir spielen mal müssen und ich kann mich bis heute noch an die Reaktion erinnern, wie er dann so kurz aufgesprungen ist und der dann echt gut funktioniert, aber halt, wie gesagt, dadurch, dass es halt nicht direkt kam oder dass man dann auch schon fünfmal durch den Gang gelaufen ist und eben nichts kam und das ist halt so dieses, äh, Spiel, glaub ich, bei Scare-Jump. Ja, also, was mir jetzt auch noch einfällt, solche Sachen wie, dass man eben mit Hall arbeitet, also gerade in Großträumen oder je nachdem, äh, wenn man zum Beispiel durch einen Gang läuft, sagen wir mal durch eine verlassene, äh, psychiatrische Anstalt, äh, dann ist natürlich solche Sachen wie ein weiter Raum durch einen, äh, Hall, also durch einen langklingenden Hall erzeugt, das macht schon auch viel von der Atmosphäre auch mit aus, äh, weil, äh, man weiß ja so, wenn etwas hallt, dann befindet sich nicht so viel da drin, äh, aber wenn halt sich doch, doch etwas da drin befindet, so, ah, nicht so toll. Und man kann es auch nicht so gut orten, das ist ja auch bei Hall, dadurch, dass es ja dann aus allen Seiten kommt und dann ist es halt auch normalerweise, man verlässt sich aufs Gehör und da, ähm, ist es auch, glaube ich, unglaublich wichtig, also, ich meine, wenn man jetzt ein Horrorspiel richtig intensiv erleben will, dann, äh, ist es natürlich auch das Setting, wie man es spielt, ob ich es jetzt, äh, quasi nebenher, tagsüber mit offenen, äh, Jalousien und sonst was, ist dann eine ganz andere Stimmung, als wenn ich mir eine, da ist es abdunkel und das ist auch eine Typsache, also kann nicht jeder, kann das ab, sage ich mal, sich da wirklich komplett, äh, drauf einzulassen, aber wenn du dann drin bist und dann ist halt, äh, auch der Punkt mit Kopfhörern, also, viele Horrorspiele empfehlen, beziehungsweise setzen halt voraus, dass du entweder ein sehr gutes Surround-System hast oder, ähm, also ganz krass, äh, um noch ein Beispiel zu nennen, bei Hellblade Senua Sacrifice, ich glaube, davon habe ich schon erzählt, da sind wir bei diesem Psycho-Horror, ähm, dass du, also generell ist ja auch dieses, die Angst vor psychischen Erkrankungen und ich muss auch zugeben, wenn man so drüber nachdenkt, das ist so eine der schlimmsten Sachen, wenn, äh, also bei so krassen psychischen Erkrankungen nimmt man einfach die Welt komplett anders wahr und, und hat dann auch Wahnvorstellungen und ähnliches und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann und das mal irgendwie zu erleben, ähm, das kriegt halt Hellblade unglaublich gut hin, also Hellblade finde ich in der Hinsicht ein unglaublich beeindruckendes Spiel, äh, weil das einem diese, also gerade, ähm, Psychosen und auch diese, äh, Schizophrenität, die da, äh, in der Person drin ist, wirklich erfahrbar macht und, äh, man merkt auch am Anfang, wie gesagt, ist es auch unglaublich gruselig und, und krass und irgendwann gewöhnst du dich auch so ein bisschen an die Situation und, und du weißt, dass da verschiedene Stimmen da sind und das spielt ja zum einen mit den Stimmen, die dann über die Kopfhörer auch an verschiedenen, von verschiedenen Seiten kommen und zum anderen natürlich auch, sonst auch mit dem Sounddesign, was halt extrem auf, äh, den Raumklang auch, äh, aus ist und sich da durch diese Gegenden zu bewegen und, ähm, äh, also ich hatte auch, also neben Slenderman, was so ein sehr kurzes, intensives Erlebnis war, war Hellblade so das längste Intensive, was ich da hatte, wo ich mich auch halt in der Nacht, also ich hab's irgendwie in drei Zügen durchgespielt, die ersten zwei so erstmal irgendwie eine Stunde, zwei und dann beim dritten Mal konnte ich irgendwie nicht mehr aufhören, hab die ganze Nacht durchgespielt, weil ich so in dem Spiel drin war und, äh, das war einfach ein unglaublich intensives Erlebnis, ich glaub, wie gesagt, das wär jetzt nicht für jeden was, äh, muss man auch sagen, aber mich hat's, äh, komplett mitgenommen, das Schöne bei dem Spiel war, es hat am Ende auch tatsächlich so eine Katharsis gehabt, also, äh, so ein bisschen auflösender Moment und auch die Geschichte war dann so, dass ich tatsächlich danach auch noch schlafen gehen konnte, weil, wenn ich jetzt so mittendrin, so kurz vorm Ende, muss ich zugeben, hat's mich auch total aufgewühlt und war irgendwie auch total, äh, verstört auch so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, also es ist ein sehr, sehr beeindruckendes Spielerlebnis, ähm, was aber, um jetzt wieder zu dem Punkt kommen, davon lebt, dass es halt die Tonmischung des Sounddesigners, bei Making of erzählen sie auch, dass sie ein ganz besonderes Soundsystem haben, äh, aber auch bei der Aufnahme, dass sie, äh, quasi so einen Kopf hatten, der dann auch die Sachen wirklich direkt räumlich zuordnen kann, also, diese räumliche Ortung und sowas ist bei Horrorspielen einfach unglaublich, ähm, wichtig auch für die Atmosphäre und für das richtige Leben. Da bin ich auch absolut bei dir, äh, weil gerade, wenn man sich nur irgendwas anschaut, was potenziell, äh, erschreckend ist, das macht nur die halbe Miete aus, also gerade Horror, bei, bei, also bei Horror im Allgemeinen, da verlässt man sich, äh, verlässt man sich ein bisschen so auf die Sinne, auf die eigenen Sinne und natürlich, wenn quasi zwei Sinne komplett eingenommen sind davon und, äh, das ist halt natürlich noch ein viel intensiveres Erlebnis, äh, gerade auch, äh, wenn man zum Beispiel dann nicht so viel sieht, dass man quasi, äh, was ja Horrorspiele und Horrorfilme sehr gut machen, einfach mit diesem Licht zu spielen, Licht und Schatten, äh, dass man halt eben dadurch, äh, den Zuschauer oder den Konsumenten kann man halt eben sehr täuschen, so, und, äh, eben auch dadurch auch ein, äh, intensives Erlebnis aufbauen und genau, das ist, das ist eben das, also, das einfach diese, äh, die, also wirklich genau, wie man diese Medien konsumiert, das macht einen sehr, sehr, äh, das macht, äh, einen sehr, sehr großen Unterschied, so, ob man jetzt nur etwas zuschaut oder auch, äh, schaut und hört und das vor allem, äh, bei einem gewissen Setting, was man sich selbst dann auch aufbaut. Mir ist jetzt gerade spontan eingefallen, wie sehr mich das mehr als Kind mitgenommen hat bei den simpelsten Sachen, wenn die Musik ansatzweise gruselig war, ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert, ich glaub, Chris, du wahrscheinlich auf jeden Fall bei Pokémon Rot, wenn du in diesem Pokémon-Turm mit den Geistern bist, oh ja, Lavandia, diese Melodie, jede Stadt hat eine andere Melodie und ich weiß, dass ich das so schlimm fand als Kind, so gruselig, dass ich immer entweder beim Gameboy die Musik ausgemacht hab oder immer direkt aufs Fahrrad gestiegen bin, weil sich ja dann die Musik ändert. Und das war ja auch, also, das ist so ein simples Musikstück, äh, das aus dem Gameboy rausgedudelt wird, aber hat mir damals so viel Angst gemacht und wenn ich das jetzt höre, also, das ist noch in meinem Kopf gespeichert von, wo ich klein war, dass ich das einfach nicht mag, ich glaub, auch in den neuen Spielen, wo sie dann, ähm, Pokémon Rot nochmal neu gemacht haben, ist die Melodie auch etwas freundlicher geworden. Also, boah, da bin ich aber auch sowas von bei dir, ich fand damals, also Pokémon Rot kam ja, glaub, so, auch 97 kam das raus und zu der Zeit hat man ja auch nur begrenzte Art und Weisen eben den Ton auszugeben. Äh, und wie sie es eben geschafft haben, eine sehr gruselige Melodie, äh, zu komponieren, und das war schon wirklich sehr beeindruckend, dass es auch wirklich sehr, äh, äh, sehr eindrucksvoll rauskam. Übrigens auch zu diesem, äh, Pokémon-Turm in Lavandier, da gibt's auch der Creepypasta, äh, weiß ich noch, äh, ja, ob ihr sie kennt. Ja, ja, mit den binauralen Beats und so. Ja, ja, genau, das eben, da versteckte Nachrichten sich darin befinden und sich dann Kinder quasi selbst das Leben nehmen, äh, wenn sie das hören. Gott. Also, also, da gibt es halt ... Alles keine erwiesenen Fakten, einfach nur Creepypasta. Nein, nein, es sind Creepypasta, also, das ist halt wirklich was, etwas, was wahrscheinlich nie stattgefunden hat, aber diese Melodie ... Zu der Geschichte und zur Melodie, ja, das ist eine sehr gute Basis dafür. Genau, also, das gehört ja auch oft dazu bei so Horrorgeschichten, dass dann Legenden darum entstehen, äh, und dann noch weitererzählt werden, und das ist eigentlich fast noch schlimmer als, als, äh, das Spiel oder das Erlebnis selbst, wenn man dann noch hört, oh Gott, ja, bei dieser Melodie, äh, da ist noch das und das, und das sind halt auch so Sachen, die auf dem Schulhof natürlich, äh, die Runde machen, also, sowas muss man auch, äh, bedenken und auch, äh, rechtzeitig entgegenwirken, also, ich kann mich erinnern, ähm, bei uns gibt's ja die mobile Medienschule Ost und die hat den, die unglückliche Abkürzung Momo, ähm, wenn man das googelt, äh, war das halt auch so ein, ähm, Bild von einer, eigentlich einer Kunstskulptur, ähm, die so derma, also auch eine Fratze eigentlich, die, äh, eben im Museum stand und eigentlich nichts Schlimmes dran, aber das wurde halt auch als, äh, sag ich mal, unschöne Geschichte genommen, um Kinder zu erschrecken, also, da ist dann über WhatsApp-Chats, äh, sind da so schlimme Nachrichten rumgegangen, so von wegen, ja, äh, du wirst getötet und so weiter, also, ich will ja gar nicht in die Details gehen, also, jeder, der das schaut, kann, ähm, sich selbst darüber informieren, aber das ist halt auch so ein Punkt, wie, wie sowas dann, äh, ausarten kann und, und eigentlich aus dem Kontext gerissen, also, wie gesagt, wenn man die Skulptur so sieht, ist sie zwar auch noch ein bisschen creepy, aber es ist halt eine Kunstskulptur, aber meistens wird dann dann auch dieser Ausschnitt nur genommen und dann, wenn dann auch noch Ton dazu kommt oder ähnliches, ist es meistens super creepy und das sind halt irgendwie so die Augen, die sie ausmachen, da sind wir auch ein bisschen bei diesem, äh, Fratzen und Puppen, äh, Trope, also, das fand ich auch mal spannend, ähm, wie, also, mit, das Schlimmste und Schrecklichste, was man sehen kann, sind eigentlich irgendwelche entstellten, äh, Gesichter und das ist auch so, angefangen bei irgendwie Chucky die Mörderpuppe, also bei diesem typischen, ah, Puppen sind so schlimm, ähm, und, ähm, woran glaubt ihr denn liegt das, äh, dass grad so Gesichter so, 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 so schlimm für uns sind? Mhm, also, ich würde erst mal sagen, so, also Puppen per se sind generell erst mal etwas Lebloses und wenn die sich etwa bewegen und, äh, ja, selbst irgendwie auch ein eigenes Bewusstsein entwickeln, das ist ja schon sehr abnorm und kann man natürlich sehr gut als ein Horrorszenario dann verwenden, äh, aber entstellte Gesichter per se würde ich jetzt eben auch eben als etwas Abnormes sehen und, äh, ja, ich weiß nicht, wie, inwiefern sich das jetzt manifestiert hat, dass jetzt, äh, bestimmte entstellte Gesichter schlimmer sind als altere entstellte Gesichter, da ja natürlich auch Menschen im Realleben auch, äh, entstellte Gesichter haben könnten, aber jetzt nicht per se schreckhaft sind, ähm, ja, das ist natürlich eine, äh, eine gute Frage, so, aber, äh, hm. Also man muss auch bedenken, natürlich bei Gesichtern ist es auch so, dass man als Mensch auch am meisten auf Mimik achtet, also wir als Menschen sind quasi auch so drauf trainiert, ähm, dass man auch am meisten Details wahrnimmt und, und sieht, wenn man jemandem ins Gesicht schaut und da ist, glaube ich, tatsächlich auch dieses, äh, sobald da irgendwas ein bisschen nicht stimmt, es gibt ja diesen Uncanny Valley-Effekt auch bei Animationen, dass, äh, wenn ein Gesicht jetzt nicht hundertprozentig super animiert ist, das reicht schon in leichte Abweichung und dann wirkt es irgendwie, äh, creepy oder halt irgendwie im besten Fall unschön, im dümmsten Fall tatsächlich irgendwie schrecklich oder ähnliche, also ich glaube, das, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dass Puppen halt auch dieses leblos, also wie du es gesagt hast, eigentlich, eigentlich sind sie leblos, aber dann doch irgendwie so ein, äh, dämonisch beseelt könnte man ihn reininterpretieren, das macht halt irgendwie so Angst, glaube ich, ja. Jetzt zum Beispiel, gibt es ja auch Spiele für Kinder, das heißt, äh, oder zumindest im Horrorbereich, äh, versucht man ja für Kinder das ein bisschen zu romantisieren und das ein bisschen, äh, ja, spaßiger zu machen und nicht ganz so, äh, schlimm, sondern eher im größten Fall mal gruselig. Und es sind auch so ein paar Spiele, die mir so auch einfallen, zum Beispiel, äh, die Daedalic Adventures, so Edna bricht er aus und Harveys große Augen, natürlich, die sind jetzt nicht unbedingt auch für jedes Kind, aber die haben so natürlich so ein bisschen dieses Kindhafte halt auch drin, so, also es sind durchaus ... Ich hab nochmal nachgeguckt, die Spiele sind zwar ab zwölf freigegeben, aber erst ab sechzehn empfohlen. Oh, ja, okay. Verständlich auch. Das ist natürlich dann auch immer etwas, äh, was so diesen, diesen Anschein, äh, ausmacht, so, okay, es ist zwar in einer Comic-Grafik oder es ist eben, äh, ein Zeichentrick oder sowas, äh, aber dann tatsächlich ist die Zielgruppe dann doch eine etwas höhere Altersgruppe angesetzt. Ja, da bist du eigentlich tatsächlich genau auf, äh, ein bisschen auf die Optik reingefallen, weil nur weil etwas so ein bisschen, also wir hatten es vor schon, dass realistische Grafik natürlich gerade so diese Urängste und Ähnliches noch stärker, äh, aufgreift. Wir hatten auch das Thema VR haben wir jetzt gar nicht, äh, angerissen. Das ist tatsächlich für mich der Endgegner, ähm, also auch wenn ich mich jetzt, sag ich mal, als sehr, äh, resilient bezeichnen würde, was so Horror, äh, Zeug angeht, aber ich hab auch nochmal, um bei Resident Evil zu bleiben, auch gab's den siebten Teil, glaub ich, da dann auch, hatten wir auch ein VR für die Playstation und ich hab da nur den Anfang gespielt und ganz ehrlich, das ist nochmal ein ganz anderes Erleben. Also das ist eine Stufe, wo dann durch so realistische, ähm, Darstellungen und sowas einfach, äh, ja, Instinkte und, äh, auch einfach Reaktionen geweckt werden. Also man merkt einfach, wie der Körper drauf reagiert, weil du halt in einem dreidimensionalen Raum kommt halt irgendjemand auf dich zu, es ist eine Bedrohungssituation. Also das ist, glaube ich, was, was wirklich, äh, ähm, richtig, richtig, ähm, unter die Haut geht und einfach, da kann man auch nichts machen, weil einfach der Körper reagiert. Das sind einfach Urinstinkte, die da angesprochen werden und Fluchtreaktionen, die da getriggert werden. Ähm, also das finde ich unglaublich intensiv und gerade so VR-Horrorspiele, glaube ich, das ist so die Königsdisziplin. Auch, genau, da kann man abstumpen. Aber das, was du genannt hast, ist ja eigentlich so das Gegenteil. Also das sind so Spiele, die völlig harmlos aussehen, äh, weil sie halt irgendwie so einen Kinder-Comic-Look haben, der erstmal auch wieder ermöglicht, sich auch wieder davon zu distanzieren. Aber tatsächlich, also gerade bei Edna bricht aus oder Havis, äh, neuer Augen, es sind ja total krasse psychische Themen, also die ein Kind oder ein Jugendlicher auch gar nicht verstehen kann. Und es kann sogar sein, dass die die spielen und gar nicht so schlimm finden, aber wenn sie dann so ein bisschen anfangen, das zu hinterfragen oder sonst wie, dann merkt man, okay, das ist doch sehr komplex auch und auch, äh, tatsächlich auch Horror in dem Sinne, dass es erschreckend ist. Ähm, und ich glaube, eher bei kindlichen Horror, ich meine, Minecraft ist halt so ein gutes Beispiel. Da gibt's so ein bisschen Horror und was generell bei Kindern, äh, also wenn man so Horror-Momente hat, wenn man so ein bisschen Horror nennen will, ist bei Kindern diese Entspannung sehr wichtig. Also Kinder wollen auch ein bisschen Thrill und Spannung, allerdings in sehr, sehr kurzen Intervallen und danach ist wichtig, dass alles wieder gut ist. Und, und dass das nicht zu intensiv, also einerseits nicht zu intensiv ist, aber vor allem halt auch die Länge nicht zu groß ist. Also, dass mal kurz, äh, ihr habt jetzt den Tunnel bei Pokémon genannt oder sonst, also dass es mal kurz vielleicht eine Sequenz gibt, ähm, die dann so ein bisschen auch vielleicht unheimlich ist, aber ganz wichtig ist danach, dass dann halt wieder die Welt schön und heile ist. Und, äh, ich finde, es sind jetzt wieder Filme, keine Spiele, ähm, die Studio-Ghibli-Filme gehen so in die Richtung. Also ich fand zum Beispiel Shihiros Reise ist einer der schönsten Animes, äh, wenn nicht überhaupt. Also ich glaube, äh, jeder, der ihn kennt, weiß, wovon ich rede. Ich fand ihn als Erwachsener tatsächlich teilweise ein bisschen gruselig und unheimlich, aber er löst sich halt komplett friedlich auf. Also so du merkst, selbst die ganzen, also selbst die böse Hexe quasi ist eigentlich gar nicht böse und, äh, du hast ein sehr, sehr befriedigendes und, äh, schließendes Ende. Und das ist, glaube ich, für Kinder, also nicht glaube ich, sondern das ist für Kinder einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass am Ende alles wieder gut ist. Deswegen enden auch Märchen mit, ja, am Ende ist alles wieder gut. Ähm, damit sie dann einen Abschluss finden und dann nicht in dieser, sag ich mal, Horrorwelt gefangen bleiben. Also ich glaube, noch schlimmer tatsächlich als jetzt einfach nur die Atmosphäre. Sonst sind auch offene Enden im Gegensatz dazu. Also wenn viele Horrorspiele enden ja auch irgendwie offen oder das Übel bleibt noch oder der, äh, keine Ahnung, auch bei Es oder sonst was, die kommen dann halt wieder. Und, äh, das ist was, was Kindern tatsächlich mehr Angst machen kann, als jetzt vielleicht ein Schockmoment, der zwischendrin ist. Sondern wenn dann am Ende irgendwie unklar ist, okay, das Monster ist noch da oder es kann dich jederzeit wieder erwischen, was bei Erwachsenen so vielleicht ein Schmunzeln verursacht und sagen, ja, okay, cool, es geht ja noch weiter oder so, kann für Kinder total, äh, schlimm und, äh, schrecklich sein. Ja. Also das noch so als, pädagogischen Punkt. Ähm, ja, ähm, um auch noch ein, zwei Beispiele noch kurz am Schluss zu nennen. Also wir hatten im Vorgespräch auch von Limbo gesprochen, was ja auch so einen Scherenschnitt, äh, Optik hat. Also wirklich auch wieder das Dunkle, das Schwarze. Auch da hat man so ein bisschen, ähm, eine tragische Geschichte dahinter und auch so ein bisschen den Horror. Äh, obwohl das Spiel eigentlich auch jetzt nicht super realistische Grafik hat oder einfach eine 2D, äh, Ansicht von der Seite und man da halt durchläuft. Ähm, auch sowas kann in gewisser Weise natürlich unheimlich sein, aber auch spannend, äh, weil es halt auch mit einfachen Mitteln sehr viel, ähm, ja, eine sehr intensive Geschichte erzählt und auch, auch sehr, wie Atmosphäre erzeugt, ja. Und wenn du jetzt nochmal zusammenfassen würdest, was so die wichtigsten Sachen sind, die du älter mitgeben würdest, würdest die vielleicht merken, dass ihre Kinder gerade in dieses Genre reinkommen oder einfach Befürchtungen haben, was würdest du denen auf dem Weg noch mitgeben wollen? Ja, also ich meine, ich kann es so mal ein bisschen zusammenfassen. Grundsätzlich reden wir immer noch von Spielen. Also das ist, wie ich ganz am Anfang auch gemeint habe, ein geschützter Raum. Also ich kann mich in der Regel selber drauf einlassen, so viel und wie viel ich will. Ähm, also Kinder kennen da schon vielleicht noch nicht unbedingt ihre Grenzen, aber auch die tun sich dann irgendwann nicht mehr an, als sie eigentlich vertragen. Also im besten Fall, wenn sie dann halt Erwachsener werden. Und als Erwachsener sollte man auch dann an dem Punkt sein, spätestens, dass ich weiß, wie viel ich vertrage. Nichtsdestotrotz, Kindern muss man da helfen und ein bisschen an die Hand nehmen. Und es hat schon, wie gesagt, seine Gründe, warum Spiele dann auch ab 16 oder bei 18 sind. Auch das kann man thematisieren. Wichtig ist nicht einfach nur verbieten, sondern wirklich auch erklären. Und wenn man auch mal, also als Eltern darf man ja auch ein USK 18 Spiel mit den Kindern oder Jugendlichen mal besprechen und auch gemeinsam spielen. Da auch ins Gespräch kommen und auch sagen, warum das dann jetzt so schwierig ist und warum man das jetzt vielleicht auch nicht spielen sollte. Und auch das Kind fragen, wie das das eigentlich empfindet. Und auch wenn es am Anfang bestimmt sagen wird, ja, nee, ich habe damit kein Problem oder ähnliches. Wenn man wirklich eine gute, offene Gespräche und Beziehung dann aufbaut, werden auch Jugendliche dann irgendwie zugeben, ja, nee, finde ich dann doch ein bisschen krass oder macht man dann doch irgendwie ein ungutes Gefühl. Und wenn das jetzt nur kurz so der Thrill ist, sage ich mal, was man auch als Spaß abtun kann, das ist ja überhaupt kein Problem. Gehört auch dazu. Das muss man auch sagen. Jugendliche sind in der Pubertät, die wollen sich austesten, die wollen. Und da ist, sage ich mal, eine Mutprobe in dem Spiel weitaus unkritischer, als wenn sie jetzt, keine Ahnung, auf irgendwelche blöden Ideen kommen, S-Bahn surfen gehen oder sonstige schlimme Sachen machen. Also das ist ja auch wieder eigentlich ein Safe Space, um sich mal auszuprobieren, um mal was zu machen, was eigentlich, also bis auf, dass es vielleicht einen ein bisschen verstören kann, nicht wirklich, zumindest körperlich, nicht schaden kann. Also deswegen das auch nicht grundsätzlich sich da erschrecken, wenn jetzt Kinder oder Jugendliche insbesondere dann mal ein Horrorspiel oder so ausprobieren. Das gehört einfach zum Erwachsenwerden auch dazu. Wichtig ist, dass die für sich dann halt ein gutes Maß finden und auch merken, bin ich jetzt der Typ, der da alles oder abkann und da überhaupt keine Probleme damit hat. Die können dann auch mal, auch mit 14, 15 ist es ja nicht schlimm, wenn sie dann mal irgendwie ein Horrorspiel spielen. Oder für sich auch erkennen, so, nee, hey, ich kriege schon Albträume, wenn ich bei dem leichtesten Anflug von Grusel und so weiter, ich meide das lieber. Und das machen sie dann schon an sich. Und wie gesagt, da einfach eine gute Unterstützung, Begleitung bieten. Und ja, da ist wie gesagt die USK nicht das alleinige Kriterium, sondern es gibt wie gesagt auch Spiele, die erstmal vielleicht harmlos aussehen, aber trotzdem auch schwierige Themen behandeln. Weil Horror ist ja zum einen, es sind ja die reinen, sag ich mal, Effekte, die so irgendwelche Instinkte ansprechen. Also wenn ich Dunkelheit habe, alleine, Verfolgung etc. Und manchmal, wie gesagt, sind es auch die Geschichten, die dann einen beschäftigen. Also, gerade wenn es dann um so psychische Geschichten geht mit Depressionen und irgendwelchen Psychosen und sowas. Also das kann auch, dieser Psychohorror ist eigentlich noch viel schlimmer und vielleicht auch gerade für ältere Jugendliche was, was einen viel mehr beschäftigt, als jetzt einfach so ein Jumpscare, der einen irgendwelche, ja, also so diese Reflexe halt irgendwie weckt und dann ist es aber auch vorbei und dann ist ja gut, ah ja, okay, war halt ein Jumpscare, war halt irgendwie, deswegen Zombies sind, finden die meisten nicht wirklich schlimm beispielsweise. Wir hatten es jetzt ein paar Mal, Zombies sind halt, ja gut, sie sind eklig und ein bisschen splatterig, aber es ist so weit von der Realität, dass man es eigentlich weniger Angst macht, als jetzt tatsächlich irgendeine Person, die psychisch durchdreht oder halt, also tatsächlich irgendwo in der Realität auch so existieren kann, ist viel unheimlicher und kann einen da viel nachhaltiger da irgendwie verstören oder verschrecken. Genau. Ja, also wie gesagt, Fazit, nicht erschrecken bei Horrorspielen, wenn die Jugendlichen das spielen, aber denen auch Begleitung anbieten und mit denen auch ins Gespräch kommen, wie halt grundsätzlich bei so Geschichten und denen auch gewisserweise auch diese Spielräume lassen, aber natürlich auch denen klar aufzeigen, warum, ja, so Sachen vielleicht auch tatsächlich verstören können. Und ein ganz heikles Thema sind tatsächlich auch dann diese Trigger-Effekte, wenn man selber irgendwelche traumatischen Erlebnisse hatte, dass dann gewisse Sachen einfach noch viel extremer sein können. Und da muss es gar nicht der krasse Horror sein. Also gerade wenn jetzt Kinder oder Jugendliche, sag ich mal, Kriegserfahrungen hatten oder aus Kriegsgebieten kommen oder da was erlebt haben, da reichen teilweise wirklich einfache, ja, Geräusche oder was, was man vielleicht gar nicht so als unheimlich empfinden würde, dass da Sachen getriggert werden. Also das sind nochmal ganz spezielle Fälle, auf die man besonders eingehen sollte und sich im Zweifel dann auch professionelle Hilfe dazu holen sollte und schauen, dass man mit den Kindern richtig umgeht. Also deswegen, ja, aber um gesagt auf einen positiven Ton zu enden, es sind Spiele. Also ich meine, es hat seinen Grund, warum Leute das auch zur Unterhaltung machen. Und Chris, ich meine, du hast auch dein junges Leben da auch sehr freudig damit verbracht, auch mal Hausspiele auszubringen. Ich habe selber ja auch mit manchen Spielen echt viel Spaß gehabt und habe selber auch jetzt keine irgendwie traumatisierten Erlebnisse. Also ich habe jetzt die zwei kleinen Geschichten erzählt, die sind mir in Erinnerung, aber es ist nicht so, dass ich jetzt dadurch irgendwie einen Horror habe aus den Kindern, dass ich jetzt keine Piraten mehr sehen kann oder sonst wie. Also insofern, das gehört auch ein bisschen dazu, dass man auch mal seine Angst ausprobiert. Und dafür sind, wie gesagt, Spiele eigentlich dann doch wiederum ein ganz guter, geschützter Raum. Ja, dann haben wir die verschiedensten Aspekte von Horrorspielen jetzt mal etwas durchleuchtet. Da gibt es natürlich, wie bei jedem Thema, was wir immer ansprechen, noch ganz viele andere Mikroaspekte, die man noch mit reinnehmen kann. Aber wenn man Lust hat, kann man sich da ja selber mal ein bisschen reinspielen. Entweder mit den etwas harmloseren Spielen, die wir gerade angesprochen haben. Oder man gibt sich direkt die volle Dröhnung und schaut mal, wie man drauf reagiert. Ja, danke Chris, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über deine Leidenschaft zu reden. Ja, sehr gerne. Dankeschön, dass ich da sein darf oder durfte. Und wie immer danke für deinen medienpädagogischen Einblick. Sehr gerne, jederzeit. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschau, tschau, tschau.